Ja, das scheint hier wirklich ganz in der Nähe dieses Dreiländereggs zu sein. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich nach Lörrach oder nach Weil möchte. Jetzt muss ich gucken, wie weit es nach Weil ist. Wie weit ist es bis nach Weil? Vier Kilometer, Basel zehn Kilometer. Fahren wir mal in Richtung Weil. Das bedeutet aber, dass ich dann die Stadt Lörrach nicht filmen kann. Jetzt geht es erstmal in den Ort Haltingen. Weil am Rhein ist der letzte Ort in Deutschland wahrscheinlich vor Basel bis Basel. In Basel sind es noch neun Kilometer. So, wo bin ich jetzt hier? Ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht. Ist das schon Weil am Rhein wahrscheinlich? Weil am Rhein auf der Bundesstraße drei. Ja, das hier ist ein richtiger Grenzort. Und zwar haben wir hier sowohl die Schweizerische als auch die Grenze zum Elsass. Wahrscheinlich vor der Haustür. Hier. Gasthaus Badischerhof. Basel neun Kilometer. So, was gibt es da zu sehen? Deutschlands bester Rewe Supermarkt im Jahr 2019 war da gestanden. Ein Weil am Rhein. Ein Weil am Rhein. Hätten wir glatt mal testen können, ob das auch stimmt. Was ist mit diesen Hochhäusern davon? Gehören die schon zu Basel oder noch zu Weil? Ne, das weiß ich nicht. Ich wollte auf jeden Fall nochmal tanken. Hier irgendwo. Randhaus Palmrhein. Da ist der Ort zu Ende. Basel. Links geht es nach... Ach, das war erst der Vorort. Haltingen. Ach so. Die Stadt kommt jetzt... Die Stadt Weil, die kommt erst da vorne. Nach Frankreich sind es vier Kilometer von hier. Und wir fahren erstmal jetzt in die Stadt Weil am Rhein. Also ich verabschiede mich kurz. Tschüss.